Das war ich jetzt aber nicht. Alter, was die Zeitungen schon wieder über den Wild schreiben. Der Wild fordert, dass man in Deutschland Deutsch spricht und deutsche Zeitungen auf Deutsch schreiben und dass deutsche Namen Deutsch ausgesprochen werden. Das ist ein einziger Skandal, dieser Wild. Unfassbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017